anpeilen wenn er nämlich hier hoch kommt dann siehst du ihn auch aber er dich nicht weißt du du musst hier die mitte anpeilen wenn ich hier komme und so mache hier kann ich dich nicht zielen treffen jetzt sozusagen hier also hier könnte ich dich treffen aber hier kannst du mich auch schon treffen das heißt du musst weiter nach rechts verstehst du nicht abdrücken und du hast du musst kuh drücken du musst immer so pieken dann bist du mehr in deckung da du musst da um weiter machen ich sehe dich ja dann weiter weiter auf jeden fall so ungefähr musst du stehen dass er hier der wenn er hier kommt der hat gar keine chance und das deine position wenn ich ansagt da ist einer blablabla dann guckst du kurz oben aus dem loch die tür auf einmal raus gucken in welche richtung 200 viel glück falls einer kommt ja da du bist da oben da oben das ist deine pose jetzt nur kurz ich laufe ein bisschen rum und gucke ob keiner kommt und danach